DKB oder Noris Bank – Welches Girokonto ist besser? In diesem Video stellen wir dir die beiden Konten im Vergleich gegenüber und zeigen dir die Vor- und Nachteile. Du erfährst, welche besonderen Features sie jeweils mitbringen und wir sagen dir, ob das Noris Bank oder das DKB Girokonto das bessere Konto für dich ist. Wir zeigen dir außerdem, wie du die Konten kostenlos erweitern kannst, um das Beste für dich herauszuholen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran! Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat! Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gerne einen Like da! Wir würden uns sehr freuen! Die Banken Die DKB gehört mit rund 5,4 Millionen Kunden zu den beliebtesten Direktbanken Deutschlands. Und ihr Girokonto ist besonders bei Vielreisenden sehr beliebt. Die Noris Bank ist mit rund 550.000 Kunden deutlich kleiner, bietet aber als Tochter der Deutschen Bank einen für dich vielleicht wichtigen Vorteil, den die DKB nicht hat. Welcher das ist und welches Konto das bessere ist, das zeigen wir dir jetzt. Legen wir los! Das DKB und das Noris Bankkonto im Vergleich 1. Die Kontoführungsgebühren Das DKB-Girokonto kann kostenlos geführt werden, wenn du entweder unter 28 Jahre alt bist oder einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro sicherstellst. Anders als bei vielen anderen Banken muss es sich dabei nicht um einen Gehalts- oder Renteneingang handeln. Auch eigene Überweisungen sind möglich. Hast du den Geldeingang nicht, wird eine Kontoführungsgebühr in Höhe von 4,50 Euro im Monat berechnet. Das Noris Bankkonto kann ebenfalls ohne Kontoführungsgebühren geführt werden. Hier ist ein monatlicher Geldeingang von mindestens 500 Euro nötig, wenn du 21 oder älter bist. Andernfalls fährt eine monatliche Gebühr von 3,90 Euro an. 2. Startguthaben Bei der DKB gibt es keine Startguthabenaktionen. Die Noris Bank zahlt dir als Neukunde aktuell ein Startguthaben von 50 Euro, wenn du über den Kontowechselservice fünf Zahlungspartner auf dein Noris Bankkonto umstellst. 3. Girocard Beim DKB-Konto kostet die Girocard 99 Cent im Monat. Sie ist optional. Du musst sie also nicht bestellen, wenn du sie nicht benötigst. Beim Noris Bankkonto ist die Girocard kostenlos enthalten. 4. Visa oder Mastercard Beim DKB-Konto erhältst du eine Visa-Debitkarte kostenlos zum Konto dazu. Außerdem ist auf Wunsch auch eine Visa-Kreditkarte verfügbar. Die kostet allerdings 2,49 Euro im Monat. Beim Noris Bankkonto ist eine Mastercard-Kreditkarte kostenlos enthalten. Eine Debitkarte ist ebenfalls auf Wunsch verfügbar, kostet aber ab dem zweiten Jahr 2 Euro im Monat. Wenn du möchtest, kannst du auch auf beide Karten verzichten und stattdessen eine kostenlose, kontounabhängige Karte nutzen, die mehr Vorteile bietet als die Noris Bankkarten. Gleich zeigen wir dir, wie das geht. 5. Geld abheben Mit der DKB-Visa-Debitkarte kannst du in Deutschland und allen Ländern der Eurozone an jedem Automaten mit Visa-Zeichen kostenlos Geld abheben. In Deutschland ist es außerdem bei Shell-Tankstellen, in DM-Drogeriemarkt-Filialen und bei Aldi Süd möglich, kostenlos Geld auszahlen zu lassen. In Ländern mit einer anderen Währung als dem Euro füllt eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,2% an. Die lässt sich aber leicht vermeiden. Für Aktivkunden entfällt diese Gebühr nämlich. Aktivkunde bist du in den ersten drei Monaten nach Kontoeröffnung und anschließend, wenn du einen monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellst. Entscheidest du dich für die kostenpflichtige Kreditkarte der DKB für 2,49 Euro im Monat, kannst du diese Karte auch ohne Mindestgeldergang weltweit kostenlos nutzen. Beim Noris Bankkonto kannst du in Deutschland die Girocard für Bargeldabhebungen an allen Automaten der Cash Group verwenden. Zur Cash Group gehören die Deutsche Bank, die Postbank, die Commerzbank und die Hypervereinsbank. Außerdem kannst du bei Einzelhändlern wie Rewe, Aldi Süd, Lidl und an Scheldhangstellen ohne Gebühren Geld auszahlen lassen. Mit der kostenlosen Mastercard-Kreditkarte sind Bargeldabhebungen in Ländern mit dem Euro als Währung kostenlos. In fremden Währungen wird eine Gebühr von 1,75% berechnet. Entscheidest du dich für die kostenpflichtige Mastercard-Debitkarte, sind auch weltweit Bargeldabhebungen ohne Gebühren möglich. Beachte aber, einige Automatenbetreiber im Ausland berechnen Gebühren für die Nutzung ihrer Automaten. Sehr verbreitet ist das beispielsweise in den USA oder auch in Thailand. Zahl in diesen Ländern bevorzugt mit einer Karte ohne Fremdwährungsgebühren statt Bar, um die Automatengebühren zu sparen. 6. Kartenzahlungen Alle Kartenzahlungen sind mit der Visa-Debitkarte der DKB innerhalb der Eurozone gratis. Zahlungen in anderen Währungen kosten eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,2%. Auch hier entfällt diese Gebühr bei Aktivkunden oder wenn du dich für die kostenpflichtige Kreditkarte der DKB entscheidest. Beim Noris Bankkonto kannst du die Girocard in Deutschland kostenlos zum Bezahlen einsetzen. Mit der Mastercard-Debitkarte sind zudem auch Zahlungen weltweit kostenlos möglich. Mit der Kreditkarte kosten sie 1,75% Fremdwährungsgebühren. Gleich zeigen wir dir noch eine kostenlose Kreditkarte, die du mit jedem beliebigen Konto verbinden kannst und die du weltweit ohne Gebühren zum Geld abheben und Bezahlen nutzen kannst. 7. Geldeinzahlen Bargeldeinzahlungen sind bei der DKB gegen eine Gebühr von 1,5% bei mindestens 2,50€ und maximal 15€ an DKB-Geldautomaten möglich. Außerdem kannst du in 12.000 Shops im Einzelhandel z.B. bei Edeka, Rewe, Penny, Real, Rossmann oder DM Bargeldeinzahlen. Auch hier werden 1,5% Gebühr berechnet. Kostenlose Bargeldeinzahlungen sind bei der DKB nicht möglich. Mit dem Noris Bankkonto kannst du an allen Einzahlungsautomaten in deutsche Bankfilialen Bargeldeinzahlen. Hier werden keine Gebühren berechnet und es gibt keine Einschränkungen in der Häufigkeit. Zum Gildeinzahlen benötigst du bei beiden Banken die Girocard. Beim DKB-Konto kannst du sie für 990 Cent je Monat dazu buchen, beim Noris Bankkonto ist sie kostenlos dabei. 8. Mobil bezahlen mit dem Smartphone Mit der kostenlosen Visa-Debitkarte der DKB ist Apple Pay und Google Pay zum kontaktlosen mobilen Bezahlen nutzbar. Die Noris Bank ermöglicht aktuell nur Apple Pay, wenn du dich für die Mastercard-Debit- oder Kreditkarte entscheidest. Wie du diese Einschränkungen beim Noris Bankkonto umgehen kannst, zeigen wir dir gleich. 9. Kontaktlos bezahlen Alle Karten der DKB und der Noris Bank enthalten einen NFC-Chip. So können sie auch ohne ein Smartphone zum kontaktlosen Bezahlen eingesetzt werden. 10. Wie hoch ist der Zins für den Dispo-Kredit? Der Dispo-Zins beim DKB-Konto beträgt für Nicht-Aktivkonten 10,5% und für Aktivkonten 9,9% pro Jahr. Beim Noris Bank Girokonto beträgt der Dispo-Kreditzins 12,6% pro Jahr. 10. DKB oder Noris Bank? Welches Konto ist besser? Beide Konten sind sehr interessant und bei der Frage, welches besser ist, kommt es sehr stark auf die Nutzung an. Das DKB-Konto ist ideal für dich, wenn du öfter im Ausland unterwegs bist und Fremdwährungsgebühren, die bei anderen Banken üblich sind, einfach sparen möchtest. Wichtig ist nur, dass du den monatlichen Mindestgeldergang von 700 Euro sicherstellen kannst, um die Kontoführungsgebühren zu vermeiden und den Aktivkontenstatus zu erhalten. Wie gesagt, ist das auch durch eigene Überweisungen möglich. Das Noris Bank Konto ist sehr interessant, wenn dir Bargeldeinzahlungen wichtig sind. Dafür kannst du die Einzahlungsautomaten in deutsche Bankfilialen kostenlos nutzen. Beliebig oft. Ein weiterer Vorteil ist die kostenlos enthaltene Girokart. Vor allem in kleineren Geschäften in Deutschland wird oft nur die Girokart, ehemals EC-Karte oder Bargeld akzeptiert. Die Mastercard-Karten der Noris Bank sind optional. Du musst sie also nicht nehmen. Denn nur die kostenpflichtige Debitkarte, die weltweite Nutzung ohne Gebühren erlaubt, empfehlen wir dir keine der beiden Karten, sondern eine kontounabhängige Kreditkarte zu wählen. Empfehlenswert ist hier als Ergänzung die Bank Norwegian Kreditkarte. Sie ist kostenlos und kontounabhängig, kann also auch mit dem Noris Bank Konto genutzt werden. Mit ihr sind sowohl Geldabhebungen als auch Kartenzahlungen weltweit gratis. Ganz ohne Bedingungen. Sie ist nicht nur für das Noris Bank Konto interessant, sondern auch, wenn du dich für das DKB Konto entscheidest. So erhältst du eine echte Kreditkarte, die bei Autovermietungen und Hotels eine höhere Akzeptanz bietet. Mit Debitkarten kann es dort manchmal zu Problemen kommen. Links zu den Konten sowie der kostenlosen Kreditkarte findest du unter dem Video. Wir hoffen, dir hat das Video, DKB oder Noris Bank, welches Konto ist besser, gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über einen Like sehr freuen. Du hast noch Fragen zu den Konten oder einen Videowunsch? Schreib uns einfach in den Kommentaren und wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!